Er wirft den Ball schnell ein. Burgstaller. Leibold. Guter Volley-Schuss! Da ist er drin, ein tolles Tor! Irgendwann, irgendwann musste ja dann einer reingehen. Sie investieren hier mehr und kommen so zu guten Abschüssen. Da muss jetzt auf der Gegenseite eine Reaktion folgen. Also das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Musik